Und jetzt wird es spannend. Von nun an werden Teams eliminiert. Und nicht nur vom Rennen, sondern von der ganzen Saison ausgeschlossen. Bis nur noch 8 Teams für den Gauntlet übrig sind. Das war's. Das erste Team ist aus dieser Saison ausgeschieden. Wir sprechen live mit Nathan McKay. Nathan, kann man schon zugeben, dass Fenneker nicht aufgibt? Ist das nicht beeindruckend? Soll ich Ihnen jetzt Respekt holen? Wieso? Aus Mitleid? Keine Chance. Es gibt keine Medaille, die muss dabei sein. Wenn der Dough diese unglückliche Situation nicht einplanen konnte, ist er der Fall, der Mann für den Dürb. Okay? Ich muss gleich fahren. Also wieder mal mitfühlende Worte von Mr. Nice Guy Nathan McKay. Ich sollte zwar neutral bleiben, aber ich drücke Fenneker die Daumen hoch. Es gab erfreuliche Neuigkeiten zu Jumis Genesung. Sie macht gute Fortschritte. Lasst uns ein schönes Rennen für sie fahren. Es ist zwar deprimierend, dass wir in der Tabelle nur abwärts gehen, aber jedes gute Ergebnis hilft uns weiter. Die ist alles 22. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereicht. Machine aus. Jetzt könnte ich ein Bewerbs-Handler sein. Alles ist gut, also zu steuern. Nach dem Berg. Fahrt, Fahrt, Fahrt. Fahrt, 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 Fahrt. Fahrt, Fahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020